Zwölf Meter hohe Flammen ragten am späten Mittwochabend in Hampersberg im Landkreis Mühldorf in den Himmel. Bei einer kleinen Geburtstagsfeier in einer Hütte entstand ein Feuer. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich die Hütte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf die sehr nah stehenden Bäume übergreift. Die Hütte konnte schnell gelöscht werden. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017